Hallo, ich grüße Sie alle ganz herzlich, wie Sie unschwer kennen. Links neben mir, rechts von Ihnen ausgesehen, Ralf Möller, The Gladiator. Ein bekennender Recklinghäuser, seitdem er in Recklinghausen lebt und auch in seiner Wahlheimat in Los Angeles. Recklinghausen nie aus seinem Herzen und aus seinen Gedanken verloren hat. Er hilft uns bei einer tollen Aktion, nämlich 400% für die Lebenshilfe an den Mann und an die Frau und an die Familie zu bringen. In Recklinghausens schönstes Rathaus, das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen als Konterfei dieses Puzzles. Tausend Teile für einen guten Zweck und Ralf, mir ganz herzlichen Dank, dass du so toll promotest. Das allererste Puzzle, habe ich gerade gesehen, hast du selber zu einem stolzen Preis gekauft und weitere 20 signiert. Was soll damit passieren? Ja gut, das geht für einen guten Zweck an die Lebenshilfe und ich werde jetzt gleich 20 unterzeichnen. Und die wollen wir dann zwischen 50 und 100 Euro, Sie können auch mehr geben, am kommenden Samstag verkaufen. Beziehungsweise für einen guten Zweck können Sie das ersteigern. Und ab 10 Uhr geht es, glaube ich, los dann. 10 Uhr. Ja gut, dann machen wir das. Also wenn wir schon das schönste Rathaus haben und den bestgebauten, gebautesten Bürgermeister Deutschlands hier an meiner Seite haben, dann sollte das alles gut hinhauen. Also für die Lebenshilfe, für einen guten Zweck, jetzt am kommenden Samstag hier auf dem Marktplatz in Recklinghausen. Lieben Dank, alles Gute.